Hallo und Willkommen bei einem neuen Part zu Nussumal Prost You. So in dieser Part, nachdem ich stehgebliebe, allererster macht mich in diese Welt. Okay, allererster geben wir diese Röhre hier, als kleiner Mario. Zum Havel verdienen wir noch einen Pilz oder so. Yeah, da bekommen wir einen Pilz. Sehr gut. Okay, jetzt sehen wir ein großer Mario. Okay, ich versuche da hoch zu kommen. Gut. Gut, der Heimgang. So, kommt er also hoch. Bei dem müssen wir Schleiß vorgehen, der Bowser Junior kämpfe, wie hier auf der Bit abgebildet ist. Ich gucke hier mit da ran, kann man nicht damage. Okay, dann nochmal. So, dann müssen wir versuchen, irgendwie in diese Sternmünche rauskomme. Hm, kann so. Ich muss doch wo gehen. So, dann hier. Warten ab. Okay. Okay. So. Hm. Toll. Hm. Okay. Okay. Okay, da können wir das Heiter nicht ran. Okay. Dann machen wir das Ganze mal so. So, am besten machen wir hier mal Anlauf. Und. Okay. Können wir ja parken. Parken wir es auch nicht. Brauchen wir was heilig. Das ist ein... Irgendein anderes Item oder so. Mal gucken. Dann gehen wir mal an, was ja, was gut geht. Dann machen wir auch mal einen Ralf. Und dann das ist ein... Dann machen wir das. Dann gehen wir die Bates. Dann machen wir das P waar. Ich mache das. Dann machen wir nochmal einen. Und dann machen wir das Pits. Und dann können wir den Bates bewegen. Ich mache das auch ein bisschen. Jetzt mach mir einer Blut Gehen wir weiter hoch Vielleicht sehe ich Bowser Junior, denke ich mal Jetzt in der Hälfte der Park Dann halt so Okay So, so, gehen wir rüber jetzt Ah, okay, das hol ich mir mal Können wir vielleicht gut gebrauchen, bestimmt Für den Endboss So, okay Gehen wir erstmal nach vorne lang Ah Verdammt Nee Okay Da holen wir kurz noch paar Items mit Vor mir da reingehen Und der So, auf geht's So sind wir gerüstet für das Level hier Okay Okay So, gebe ich da hoch Okay, holen wir uns da erstmal die Stermmünze So Du erwischst uns nicht Okay Komm weg mit dir Okay So, jetzt kommen wir den Endboss Mal gucken, wer es ist Ich denke mal Ich denke mal Bowser Junior könnte das sein Aber könnte nachher noch sehen, wer es ist Ah, okay Da ist der Okay, Bowser Junior ist leider nicht Auch von den Bitter her Schwierst du dahin Hätte man denken können, der sein könnte Aber nee, ist er nicht Okay 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 So, erledig Komm Verdammt Verdammt Ach, nee Okay, der war knapp Okay, müssen wir jetzt das nächste Mal besser aufpassen Okay 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 So, rygermilz Okay So, rygermilz Okay Okay Jetzt nehmen wir zu den Endboss Was? Nein Verdammt Gut Diesmal kleiner Mario Ich denke der Lauf ist tief Wie ich vorhin auch Okay 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 Okay, müssen wir hier gut aufpassen Vielleicht gewinnen wir noch Okay 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 Okay, okay mit der Musik, das haben wir sehr gut. Ok, ich tue mich Speiser. Ok, wir machen den nächsten Level. Auf geht's. Ok, diesmal sind wir so ein Geisterlevel. Ok. Ich gucke, wie wir das so können. Nein, nicht so runter. Na toll. Ok. Ich müsste warten, bis wir so ein Ding kommen. Gut, noch eine Münze. Eine Tür, die ich esse. Na toll. Ich zahle keine Items. Ok. Nein. Ok. Wir müssen warten, bis hier so ein Ding kommt. So ein Aufzug, bis der uns hoch fährt. Ok, kommt hier wieder eins. Das Ding will ich nochmal fertig machen. Komm schon. Schnell. Komm schon. Schnell. Ok. Ok. So kommen wir durch. Aber da sind Geister. Nicht so gut. Ok. 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 Entschuldigung. Ok. Ok. ich habe jetzt euch meine frage was haltet ihr von youtube die bezahlkanäle die ihr zum so gibt auf youtube weil ich gerne mal von euch wissen was haltet ihr davon wenn ihr für einen kanal zb geld bezahlen müsst wenn ihr die videos gucken wollt könnt ihr gerne wissen weil jetzt richtige youtube partner wie ich zum beispiel können sich dafür anmelde könnt ihr gerne mal sagen wie ich das so finde die bezahlkanäle auf youtube ob ich für sowas auch geld bezahlen würde für letztes zu gucken also ich würde das bei meinem kanal da mal wieder abo gibt es haben müsste ich mache ich könnte eure meinung das mal die kommentare sage ja das werden gerne interessiert aus so ok sehr gut nein das sind schief geht gut okay normal ganz so wie schon passen besser auf okay der ist eigentlich nicht nur an so kommen kom 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 Gut, damit ich mir so Okay. Gut, das wird ja gepackt, bis hierhin. Gut. Uh, der Knopf. Den Geist habe ich auch leider nicht gesehen. Okay. Okay. Okay, ich habe jetzt mal einen Hilfsblock. Dann machen wir es jetzt. Damit. Okay, guck mal, kommt mal so, wie der es macht. Komm, los geht's. Obwohl ich ihn nicht verliere. Gut, da springen wir mal rüber. Okay, da läuft er mal weiter. Okay, wir müssen versuchen, mal rüber zu kommen. Am besten. So. Ich glaube, das ist schon ganz gut. Gut. Gut, das ist die Stelle, wo ich eben schon mal war. Mal gucken, wie der es so parkt tut. Okay. Okay. Okay, ich springe weiter. Lass mich das noch kurz um übernehmen. Gut. Komm, los geht's hier weiter. Okay, ist ja ganz gut bis jetzt. Okay. Okay. So, gehen wir weiter. So, jetzt sind wir gleich schon da. Okay. Gut, los geht's. Okay. 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 Dann dürfte eigentlich gleich schon da sein. Okay. So, jetzt geht's. Okay. Okay, das bringt jetzt den Sekunden. Okay. Gut, das Level wäre gepackt. Dank Hilfe. Gut. Ups, das war es gar nicht. Okay. Let's do Gedi kämpfen. Oh. Komm schon. Komm schon, die müsst ihr nicht hoch bespringen. Die Füße. Gut. Verdammt. Okay. An dieser Stelle wird Papenbellen Leute. Also bis dann Leute und haut rein. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal.